Jetzt rein damit, Junge. Sehr schön, Mangala, auch schön, Mangala, sehr schön, sehr sehr schön, aber wie gesagt, Videobeweis. Es lag irgendein Gegensburger auf dem Boden, wahrscheinlich minimaler Schubser oder so. Auf jeden Fall völlig von Arsch. Egal wie man es dreht, jetzt pfeift er ab. Oh Mann ey. Hä? 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 Willst du das Ton zählen lassen, oder was? Das kann es ja jetzt nicht sein. Aber das zählt. Was? Wer das zählt? Sie hat es noch kein Videobeweis, aber nur Abschluss. Was? 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 Wie bitte, was? Wie kannst du es zählen lassen? Er hört sich schon wieder an, aber was ist denn, was? 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 Wie geht es denn für ein Film? Das war doch schon ein Landhandauberkett. Ja? Der hat doch schon einen Abkriegplatz. Jetzt kannst du euch zählen lassen, das Tor. Ja eben, guck, abgefressen. Was ist das für ein hirnreißiger Scheiß? Hat man auch schon lange Lämmel nach. Der Freistoß-Tor hat doch schon lange Lämmel. Und jetzt steht da noch ein schlimmster. Ja! Jawoll! Ja! Geiles Kiste! Was ein 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 geiles Kiste! Zucker Freistoß! Das kann der halt einfach tun. Stuttgart! Boah, geile Kiste, Alter! Boah, geile Kiste, Alter! Dinami! Was eine geile Kiste! Leck mich am Arsch! Usau! Geile Kiste! Eins... Rate... Null... ...Notjour! Luzau! Jawoll! Sehr schön. Geil! Jaaaaah! Jaaaaah! Jaaaah! Jawoll! Jawoll! Geil! Genau so! Genau so! Jawoll! Jawoll! Jaaaah! Jawoll! Jaaaah! Jaaaawoll! Jaaaah! Geil! Wie vielfält 6-0 ist zuhause wie morgen gegen Regenswoord? Stuttgart! Das 2-2-1-1-2 gegen Regenswoord? vor zwei Wochen. Das geht einfach mal so ein wichtiges Platz. Das macht sogar der Nappen-Tor. Selbst Dermachtstor. Zwei! Der Stand kann auch wieder aufsehen. Gut! Zwei! Zweiter! Geiler Ball! Eckloch! Ah! Schade! Sehr schön! 1893 Hey! 1893 Hey! 1893 Hey! 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 Untertitelung. BR 2018